herzlich willkommen meine damen und herren zur ersten master promo seit wochen wenn ich gar monaten es ist ja nicht soweit ich habe tatsächlich innerhalb von zwei wochen mich von dir 30 lp hochgespielt bis ja bis hoffentlich master das ist master promo game 1 das ganze wird natürlich on stream gespielt ich lade das ganze aber eben auf den zweiten kanal hoch das heißt wer das hier seht dann ja achte natürlich einfach darauf in den kommentaren bitte nicht zu spoilern das wäre ja ansonsten doof und genießt es und ansonsten freue ich mich übrigens auch immer noch absolut über jeden der auch tatsächlich einfach mal bei mir auf twitch vorbeischaut ihr wisst nämlich mittlerweile sechs tage die woche jeden tag bis auf den freitag immer so ab ungefähr 13 uhr ich weiß dass ein gewissen ein bisschen ungewöhnliche uhrzeit aber das ist für meinen lebensrhythmus sehr schön und ansonsten gehen wir jetzt in den full tryhard rein an dieser stelle noch mal ein shoutout an caps der mittlerweile den den zweitkanal managt das heißt dass hier jetzt so regelmäßig videos kommen das liegt auch mitunter daran dass mein kater eben jetzt auch den zweitkanal betreut und seitdem kam es jetzt wirklich jeden tag ein video und wir hoffen dass wir das genauso halten können das heißt ich hoffe ihr genießt das sehr ansonsten ich habe ja nie mehr gepickt hauptsächlich um auch den nun zu counter ne ist tatsächlich finde ich sehr sehr stark einfach mit der wall dann kannst du verdienen den schneeball blocken viel potenzial und ja gegen trüster trade ist nicht unbedingt ein matchup wo man sagt oh ja ist aber ein klassisches aniver matchup aber das muss es auch gar nicht sein sondern stattdessen ist es halt eben ein pick den wir hauptsächlich mitnehmen um die nun dazu in neuen leblor wäre gut gewesen war aber bands deswegen sind wir auch von nivea der design special hit gerne aufsparen die ersten q sitzen also ein bisschen aufpassen du musst können jetzt so früh denken super neu krass gedacht dass ich den autotag rauskrieg um elektrische zu proppen die red hat mich so stark ist laut dass ich obwohl er kurz erzählt war nicht ankam gute lastet serie ansonsten die serie auch bis jetzt nah jeder kürt gesessen sind wir zwei optionen wenn du sie fällt red card sieht entweder ist für der mitsch der disrupting portion drin aber wird overregen sonst würde jetzt kein damage machen ich lasse denn noch einer das mit dematerialisiert oder auf der stärker das so hart auf bricht zu haben warum wahrscheinlich wohl auf level 3 spielen sollen dann könnte ich hier selber slow pushen so kann ich das nicht zu gern ganz fertig bin kann jetzt durch pushen und basen ane der hat mir in dematerialisierer das nein mit denen durch können die nicht alle kriegen ach komm das ist nicht gebast warum nicht ich habe kein risiko ein Äh, wir fressen jetzt hier an. Ist halt auf dieser Base-Wave nur recoil können, wenn er auch wieder tipeet. Und ich muss jetzt noch eine Wave mehr durchpushen, was jetzt nicht so schlimm ist, aber... Scheiße, wenn ich da sehe, dass der Töter Gott, was sehr random, ähm, dann wall ich den da und dann... Ja, komm mal hin, die Piva-Bed, wenn ich so drüber nachdenke, die mir sehr wenig. Ich spiele jetzt nicht wirklich mit einer Strong Side hier, ne? Also der Nunu-Gang top und bot, der Kha'Zix farmt. Das ist aber leider halt auch relativ Standard. Ich glaube, 20 Gold-Warten wäre echt interessant gewesen. Aber das, was mich halt da ein bisschen, was ich besorgtes erregt finde, ist, dass der Kha'Zix nur 4 CS vorne ist. Aber der hat einen Kill, actually. Der hat oben den Nunu gekillt, oder was? Ja, da nehme ich alles zurück. So, I imagine, dass der Kha'Zix jetzt eher dead ist. Neu. Hat denn das überlebt? Krass. Wahrscheinlich Sorak einfach mit Speed reingejoggt. Sorak ist actually auch gut gegen Nunu, ne? Da wird wenig Spaß haben, das Spiel. Hm, ja, zwei schnelle Recalls. Aber es war halt sehr, sehr obvious, dass die Gegner noch am Dragetan sind. Das heißt, wenn ich hier den Turm hütte, dann kommt der Nunu hier mit dem Schneeball. Und selbst wenn ich den Schneeball blocke, wird es gar nicht so einfach. Play for top. Nice. They expected me an Flash E. Reichtigerweise. Und Flash da vorweg. Ja. Äh, ich will hier Ludens gehen. I imagine. Ich find die Antris Bild. Game. Vielleicht, ne? Also Averfrost ist hier best. Leandris could be fine. Ich mein, die Soraka probiert wirklich hier Vision einzustellen, was super gut ist. Theme Script. Ah, ist halt basically das, was ich gesagt habe, ne? Du kannst ja nicht gegen die Globals spielen Jets sind so easy Aber auch halt Info Ansonsten darf ich die War nicht use Ziemlich genug Mana für den Push-Up Ziemlich knapp nicht, leider Ich brauche Boots hier Dann kann ich den anderen Ja, ich kann mal den Midlane Lead Auf jeden Fall die ganze Zeit weiter ausbauen Aber du bist halt aggressiv-flash, um den zu killen Ein sehr schweres Game gegen zwei Globals Und mit einer Losing-Bot-Lane Schon echt schwierig Die hätten halt diesen Early-Trade nicht nehmen sollen Und eben den Fight nicht Dann könnten wir vielleicht das Game spielen, aber So fucking hart Äh, hallo? Boah, ich weiß gar nicht, ob wir das fighten wollen Wo wollen wir, okay Ja Ja Kann mich das in meine Ecke gekehlt kriegen, na? Okay, okay, let's go! Oh, what? An enemy has been slain. An enemy has been slain. I will be leaving. Rampage. Recycle closes. Ich glaube nicht, dass es in Folge gewesen wäre, da runter zu gehen. Sorry, ich muss mich echt konzentrieren, weil ich die Plays nicht ganz verstehe, die hier passieren. Und ich glaube, das liegt eher an mir, als daran, dass die Plays bad sind. Ich glaube, der Team da eine Menge sinnvolle Dinge getan hat. Aber ich finde es so weird. Also hier da den Red Buff zu nehmen, ist natürlich ein bisschen weird, ne? Aber ich wusste, dass der Up ist und ich hatte mein Tempo eh schon gefuckt. Das heißt, es schien mir irgendwie 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 für die beste Idee. Ich mein, so verliert er halt XP und so, ne? Also wenn ich den so rausforse, ist das immer fein, aber... Die Soraka pressuriert mich sehr. Und die Soraka ist in meinem Team. Ähm... Die läuft die ganze Zeit so far ab. Kann ich ja den save nicht fighten. Also, basically, fightet man einen TF als ein Event, in dem du den wallst, weil deine wall range ist eine effektive fight range. Und die dann quasi dadurch, dadurch besiegst. Aber das Problem ist ja, dass das nicht geht, weil ich die wall brauche, um den Nuno Gang zu blocken. Bro, warum pushst du denn noch? Ähm... Unu topside, Karma Mitte. Die spielen jetzt so ein 2 vs 2. das tut's fine Das war es nicht Ja der Jungle ist noch nicht mehr in den Boom gegangen deswegen, das ist sehr schön Er ist so nervig ne, aber wir müssen halt hier recoil, weil wir sonst unser Tempo für Drake verkacken Das heißt der TF ist jetzt zu spät gerecoilt Okay was habe ich da eben bekommen, ich habe Flash bekommen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Ich habe Ignite bekommen, ich glaube ich habe Flash bekommen, ich habe TP bekommen Nice, that's huge Aber can Harrod play, ah, that's not good Ja, ich würde dir auch gerne helfen Not bad, das ist so arcker, dass der lange überlebt So ein aggressives Galeforce, oder? Scheiße, dass ich da so penne, auf die Xayah Tunnel Nein, da war Galeforce noch fucking hell Hä? Achso, dann wird die vom Morde eh getroffen Makes sense Makes sense Ich bin ein ganz viel Bei mir wenigstens Ich bin ich sicher Aber wir müssen ein echtes Gale petrol gut Und ich bin schon so schutzend, dass du so icee Das ist irgendwie schon so oh mein gott der k6 ist einfach fast gelaufen ok krass ich hätte ich gedacht dass der xia aggressiv in uns reinflaschen kann und damit den den fight gewinnt der gewinnte fight nicht ich glaube die war ziemlich gut ja ich glaube die war ziemlich gut ich glaube die antriez wäre der der bessere itemweg gewesen länger ich darüber nachdenken desto eher glaube ich dass das dass das hier dominant wäre dann gehst du leandris sonjas und dann ist all good ähm gewinnen wir denn hier am härtesten zwei items ne das heißt dritter drake fighten und danach nash force i guess wir gewinnen die gegner noch die partie tf catches die xia spielt ob es die sehr sehr akko man muss es glaube ich auch das heißt xia ist aber auch eine win condition bei denen aber ich glaube wenn ich so nichts mehr so die haben jetzt double sunfire power spikes die gegner sind jetzt deutlich stärker zum letzten fight und wir sind nicht so deutlich stärker wobei demonic embrace of mode hd schon ziemlich sick ist unser karsix counter jungle so wie es sich gehört wenn man da hättest was mir wiederum die möglichkeit gibt unsere jungle camps zu nehmen ohne dass ich meinen jungler quasi was die nahe weil er kann den im moment gar nicht nehmen was 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 guter wort schon der wird raus sein sehr sehr cool wir hätten jetzt genug für sonjas aber es ist kein starker power spike weil das stark an sonjas ist die stasis quasi und die hat man auch mit einer stopwatch das heißt man will für gewöhnlich eher die stopwatch verwenden bevor man sonjas baut es sei denn der einzige vorteil ist quasi dass man dadurch halt double stopwatch später spielen kann für einen fight weil du dann sonjas und stopwatch hast und wenn du stopwatch und sie dann nochmal kaufst ist sie halt used ich glaube wir können siegen mein job ist nur die xia zu nerven die soll keinen spaß mehr im game haben ich würde sagen ich bin sehr nah dran es hat so krass so diese low range ADCs wie xia struggle extrem stark gegen sowas wie an eweb gg leute ja ich meine ist ein 1 1 3 game von mir also stats wo er ist ist ein mordecai oder einfach das game solo habe ich auch lange nicht mehr gesehen muss ich sagen war glaube ich ein solides game von mir ne aber jetzt auch nichts also ich glaube du kannst die mitlehrer tauschen und es ist trotzdem immer noch dann gewinnt der trisset vater die partie stattdich ja das sieht man auch im damage aber ich bin trotzdem eigentlich recht happy ggwp das war numero uno vincent danke dir für 5 subs und das zweite kommt dann die tage ne haut rein dann da 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 da